Hallo meine Freunde, willkommen hier bei The Last of Us. Ich will immer Uncharted sagen, ich weiß auch nicht warum. Aber das ist The Last of Us von den Uncharted-Machern, aber nicht Uncharted von den Uncharted-Machern, sondern The Last of Us. Juhu! Fireflies? Euer Heidegel ist hier. Ist da wer? Seien wir leise, bis wir wissen, was hier los ist. Jetzt wüsste ich auch gerne, was hier los ist. Nichts Nützliches. Ist nichts außer medizinischem Krempel. Ich kapier's nicht. Sieht aus, als wären sie überstürzt geflohen. Vielleicht nicht alle davon. Bleib in meiner Nähe. Ach nö. Aber gut, wir wollen natürlich die Fireflies finden. Vielleicht finden wir ja noch jemand. Das wäre ja schon eine ziemlich Überraschung. So wie's aussieht, ist hier niemand. Das ist gut, oder? Es fragt sich, wo sie hin sind. Auch nö. Was ist es dann? Was ist es dann? Oh mein Gott. Fucking Affen. Ah, das stimmt. Dann lieber 100 Affen. Als ein Klicker. Ja, vielleicht sind sie beim Experimentieren zu Affen geworden. Zu Affen geworden. Okay, da kommen wir nicht durch. Aber wenn wir diesen... Oh, da sitzt einer. Naja, die Reste davon. Ich hatte Zeit, nachzudenken. Es gab Jahre, da schienen wir etwas zu... Ganze scheiße reine Zeit verschwinden. Das nicht mitmachen. Komm schon. Die anderen suchen. Sie sind im St. Mary Krankenhaus in Salt Lake City. Sie finden sie dort. Dabei die Welt zu retten. Viel Glück damit. Weißt du, wo das ist? Ich kenne die Stadt. Ist es weit weg? Das ist ziemlich weit. Vielleicht mit deinem Pferd. Was? Sind das Fireflies? Deckung! Jungs, beruhig dich doch mal. Was sind das für Typen? Ganz egal. Wir haben ein Ziel. Machen wir, dass wir wegkommen. So, hauen wir mal ab. Komm her! Für einen hätte ich noch was. Oh, komm, wir nehmen die Axt lieber mit. Oh shit, da hinten sind sie. Und... Schuss! Und... Schuss! Wow! Ellie, lenken sie mal ab. Ah, sie sind abgestochen. Sehr schön. Wow, oder auch nicht. Ups. Arschloch! Kopfschacht! pool! Woosan! Woosan! Schick dich! Geh weg, ich schnapp ihn mir. Gut, äh, ja. Fick dich! Lass mich los! Lass mich los, du Arschloch! Junge! 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 Ich hab ihn erschossen! Sein Ernst? Ich hab ihn erschossen und ab mit der Axt zerhauen? Hallo. Fuck, ey. Zurück dich mal. Was? Vorhin eine andere Waffe. Was? Alter Schwede. Ein Schisschen und das war's. Oh, genau das war's. So ein scheiß Camper hockt an der Ecke, warte bis er rauskommt. Oh, wie schlecht. Stirb! Stirb einfach! Hier müssen die grad abfackeln, die Spackos, ey. Arschloch! Jetzt müssen wir aufpassen. Ha, 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 ha. So, die nehmen wir weg. Dafür nehmen wir den Revolver mit. Oh nein. Oh nein. Oh nein, du Stück Scheiße! Ich bring dich um! Ah! Fuck! Oh mein Gott, wie viel Blut! Oh nein! Oh nein! Oh fuck! Du musst mich hochziehen. Okay. Okay, bereit? Eins, zwei, drei! Oh fuck! Okay, okay. Gehen wir einfach zum Pferd. Ach, du Scheiße. Da ist keiner. Weiter. Joel, wie geht's dir? Es geht. Es geht. Kommst du durch das Fenster? Ja, klar. Ja. Okay. Shit, 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 shit. Mist. Okay. Du bleibst hier? Ich komme dann von der Seite. Okay. Guter Plan. Du hast meine Freundin getöntet, Arschloch. Los, hör aufs da. Machen wir's auf die harte Tour. Joop. Arschloch. Mist. Wir müssen dich hier rausschaffen. Ich bin okay. Das bist du nicht, Joel. Und jetzt komm. Mach schon. Es ist nicht mehr weit. Oh Mann. Hier, halt dich fest. Nein. Kannst du laufen? Ja. Dann lauf doch auch. Shit, ey. Oh fuck. Komm schon. Komm schon. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh fuck. Alter. Hey du Wichser. Oh nein. Oh nein. Gott, das geht. Kommst du? Ich glaube, hier sind wir sicher. Joel? Joel? Scheiße. Joel, hier. Steh auf, steh auf, steh auf. Sag mir, was ich tun soll. Komm schon. Jetzt steh ich schon auf. Joel? Okay. Das wird nicht lang reichen. Du verjagst ihn nur. Okay, wir sind also scheinbar in der Haut von Ellie. Aber weiter geht's in der nächsten Folge. Bis dann und tschüss.